Die EKA besucht uns? Ja, ja. Da haben wir wenigstens gesucht. Weil, man sieht, ob jemand wirklich auf Vorlage arbeitet. Oder es kann man nicht. Weil, lieber Mensch, das ist gut. Im Moment, weil ich schon die ganze Zeit mit 20 Jahren fühle. Und, ich weiß nicht. Wir sind seit 20 Jahren. Und dann haben die Marken jetzt mal aufgemacht. Wir sind ja da. Früher... Früher haben wir... Ja, früher haben wir...